In der Slowakei deutet sich ein Regierungswechsel an. Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke kam die konservative Protestpartei Olano auf knapp 25% der Stimmen. Die regierenden Sozialdemokraten von Premierminister Pellegrini lagen demnach bei rund 18%. Es war die 1. Wahl seit dem Mord an dem Journalisten Kuciak und seiner Verlobten vor 2 Jahren. Nach der Tat hatte es Massendemonstrationen gegen Korruption und die Regierung gegeben. Zum Ausgang der Parlamentswahl jetzt live aus Bratislava Danko Handrek. Wir haben das Land der Mafia aus den Händen gerissen, betonte Wahlsieger Igor Matovic auf seiner Wahlparty. Seine Partei Olano, das ist eine Abkürzung für Partei gewöhnlicher Menschen und unabhängiger Kandidaten, machte Wahlkampf mit einem großen Thema, dem Kampf gegen die Korruption. Die Partei, das ist eigentlich eine One-Man-Show rund um Igor Matovic. Den regierenden Sozialdemokraten vertrauten Wähler nicht mehr. Zu verstrickt waren sie in kriminelle Machenschaften, die der Investigativjournalist Jan Kuciak recherchiert hat. Gebildet wird jetzt wohl eine Koalition aus konservativen, populistischen Protestparteien, von Parteien, die sich auch in der Vergangenheit immer wieder kritisch gegenüber den Institutionen der Europäischen Union geäußert haben. Zurück zu Susanne Daubner.